YouTube bietet neuerdings die Möglichkeit, einzelne Gesichter in hochgeladenen Videos nachträglich zu verpixeln. Weiteres erfährst du nach dem Intro. YouTuber können seit kurzem Gesichter und anderes in ihren eigenen Videos unkenntlich machen. Ich muss zugeben, diese Funktion gibt es bereits seit fast einem Monat. Sie ist also nicht unbedingt neu. Trotzdem ist es ein wichtiges Feature, worauf ich hinweisen möchte. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und der Informationsfreiheit in Baden-Württemberg sagte in einer Pressemitteilung dazu, die Verpixelung fremder Personen, die in eigene Videoaufnahmen geraten sind, ist ein wichtiges Instrument zur Wahrung der fremden Persönlichkeitsrechte. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das neue YouTube-Feature funktioniert. Wir öffnen die Videobearbeitungsfunktion von YouTube, drücken auf Videos verbessern und dann Bereiche unkenntlich machen. Jetzt werden mir automatisch alle Gesichter des Videos angezeigt. Ich wähle das Gesicht aus, das ich verpixeln möchte. Und so sieht es nach der Bearbeitung aus. Wie findet ihr das neue YouTube-Feature? Drücke rechts oben auf das I und stimmt darüber ab. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über ein Feedback in Form eines Likes oder Kommentars würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.